Hallo Leute, herzlich willkommen wieder bei der nächsten Episode von Fallout 4 und wir nach der schwierigen Entscheidung zwischen Institut und Bruderschaft haben wir entschieden ab dem Institut. Ich will den Weltraward helfen, zu Institut zu verhindern, nämlich Bruderschaft. So und jetzt sind wir zu... da! Nächster bitte! Was? Läuuiuiui bei mir! Muss ich nochmal machen? Scheiße! Scheiße! Ey! Mann! Was ist mit mir lustig jetzt im Moment da? Ich kann... Ich verließe ganz jetzt den Abzug. Ist einfach zu viel oder was? Hier drüben! Hier! Warte! Oh! Schon wieder! Meine Güte! Gibt's nix besseres... Inventar! 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 So! Ich würde mich erstmal... Inventar! Ja! Inventar! 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 Wie lange ist bei mir? Ja! Inventar! Inventar! Das ist ins Leben! Au? Boah, muss ich schon wieder einsetzen. Ist irgendwo noch jemand? Hoffe ich nicht. Sonst werde ich sterben. Was nehme ich? Hä? Achso, hier ist. Glubierne. Lampe? Wecker! So, geh weg. Oh, hier ist wahrscheinlich etwas wichtiges. Das wärs. Ja, spring ins Untererde. Na ja klar, nach unten. So, und gehen wir jetzt hin? Mal. Glaser. Ja. Das. Ne. Entschuldigung. Auf andere Seite müssen wir jetzt gehen. Pursionkern. Schott, genau. Das brauchen wir. Das brauchen wir nur. Mehr nicht. Hier ist nichts. Das passt, das passt, das passt. Ne? 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 Das nehm ich... Ähm... Mehr! Ehm? Nicht mehr! Es sollte funktionieren! Es funktioniert wieder. Es funktioniert wieder. Es kann weiter gehen, Leute. Es kann weiter. Was ich will sehen, äh, machen, sehen, machen, dass ich hier unten springe. Ich habe mich neugierig voll. Aber ich sehe hier niemanden. Ja, wahrscheinlich wir sind korrekt. Alles? Nein. Noch jemand? Ich hoffe nicht. Sonst muss ich euch nochmal umlegen. Aber das will ich nicht. So, das, das, das. Warte mal, schauen wir mal. Also, das muss ich nehmen. Weil ich bin voll nackt. Und das will ich nicht. Und Schuhe habe ich auch nicht. Äh, so. Kleidung. Ne, ich bin da. Und dann auch die Kleidung. Aha. Ich kann das. Das oder das. Ich komme nehm ich das. Die Arme. so dass man hier ein toll ein toll auf immer wir können noch mehr hier nächste tor unsere bombe so fusion kehren mehr ja klar das war das musst du schießen blutig er musste schießen schießen ja ja muss schießen aber nix wichtiges das nehme ich das nehme ich eigentlich werde ich schneller unten heils maul What? Ah, Alter! Alter! Das ist ein bisschen beeindruckt, aber ich mache nicht für dich, für Vorstellungen oder sowas. Ich möchte einfach überleben, diese Scheiße! Und wenn wir sind so ganz kurz vor C, speichern wir! Ich will nicht schon wieder diese Aufzug umsonst machen. Oder sagen wir besser nochmal. Ja, okay, springe ich runter. Ja, ist klar. Er konnte es schon versuchen, aber... Ein Scheitraum habe ich gespeichert. Wiii! Ich liebe ihn noch. LOL! Wer ist da? Dein schlimmer Albtraum. Ist es noch jemand? Weg mit dir! Weg mit dir! Ist es noch jemand da? Ja, es stimmt, dass es zu schwarz ist, aber ich will nicht schieben. Ist es noch jemand da? Wenn es noch weiter geht, dann bin ich übertrieben. Korken? Ja. Fusionszähler? Ja. Das nehme ich. Wer nehme ich? Das ist... Alter, wie viel haben sie das alles gesammelt? Durch ganzes Jahr oder was? Korken, Laser... Oh! Das brauche ich sehr... Nötig! Wie genau habe ich verloren? Vier... Drei Stück! Nein! Scheiße! Aber kann ich... Gut. Damit kann ich noch eh... Also, muss ich hier rein? Okay. So. Und ich speichere mich hier. Und gebe ihn hier rein. Aufzug! Oh, die kann... Ja! Die teleportiert sich zu mir! Ja! Okay! Du sterbst gleich! Wow! Oder bald! Nein! Du überlebst! Nein! Bist du... Wow! Gronky! Aufpassen! Gronky! Aufpassen! Gronky! Es schwank meine ich! Gronky! Nehm ich eben schon! Ah! Gronky! Da ist der Reaktor! Sie für sein... Ach du Scheiße! Das ist diese Scheiße! Hm. Oh, und hier. Nicht hier. Hier kommen wir nicht durch. Ah. Ah! Das ist das woche bin ich hier. Verrückt! Gut. Zurück! Ida scheiss egal! ich will nur überleben einfach so einfach ist es die waren damals wohl keine experten in der eindämmung der strahlung die werte sprengen fast die skala und ich beobachte die dinge lieber aus der ferne und jetzt soll sie sich allein sie ziemlich gefährlich da drin aus trägst du irgendeinen strahlenschutz ich habe ein paar dosen red x die kannst du gern haben sie werden kaum reichen siehst du darum habe ich den anzug an hör zu die haben hier am reaktor gearbeitet dabei müssen sie irgendwelchen schutz getragen haben sie dich um du findest garantiert irgendwas okay die schutzdinger muss ich mir finden okay ah habe ich schon gefunden ich glaube habe ich schon bin ich schon oder? 1000 gespeichert dr film war sie ziemlich gefährlich da drin aus trägst du irgendeinen strahlenschutz? jetzt schon macht ihr keine sorgen für mich ich bin bereit okay gut siehst du darum habe ich den anzug an hör zu die haben hier am reaktor gearbeitet dabei müssen sie irgendwelchen schutz getragen haben sie dich um du findest garantiert irgendwas hallo ich habe schon du bist du blöd und blind oder was also speichern wir das muss ich unbedingt dran hier passiert jetzt gar nichts ja zu denen verdammte schnell kann ich nicht zu nahe kommen alter schwein alter schweiner habe ich gespeichert luftschleusenzyklus eingeleitet bitte warten leite dekontaminierungssequenz ein schwein da ist sehr große strahl sie können passieren okay vorher hatte ich sehr schnell muss ich das machen dann habe ich den knopf nicht gesehen jetzt habe ich den knopf gesehen was muss ich machen so da ist sicherheitsalarm in reaktorkammer notabsperrung eingeleitet und jetzt scheiße mach mir so wenn ich trage einfach zu viel sachen die mir anfangen aus zwischen uns äh oh ordentlich viel tragen wir das äh das äh das gehört eher man braucht eher äh 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 Und jetzt? Den Rüstung will ich nicht mehr. Und das, auf, auf. Das, 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 das. Das legen wir ab, oder? Ja. Oh, nicht der, nicht der, nicht der, nicht der. Nicht der Pisser. Aber muss ich wachlesen. Und dann muss ich irgendwie wachlesen, dass ich ihn sehr effektiv nehmen und schnell ihn tötet. Ich glaube, die ist ja hier. Ja, der nehme ich. Boah, der Bastard. Alter, er ist rausgeschwimmen von diesem, von dem Raum wie ein Verbrecher. Lecken den Arsch. Das ist ja ein Kerr, nämlich. Das ist ja ein Kerr, nämlich. Ich störe es mir nicht. Stall, könnte ich schon nehmen. Ich hatte ihn nicht. Schon wieder nächste? Boah, Junge. Boah, Junge. Schnell mal geht nicht, oder? Hallo. Wo sind wir hier? Das ist ja gut. Jetzt müssen wir nach oben wahrscheinlich gehen. Also Leute, ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Und wir sehen uns nächstes Mal. bis zum nächsten Mal. Tschüss!